jo moin leute willkommen zu diesem neuen video und werte mir jetzt die Formel E Saison 21 heute in Saudi-Arabien 2 2 von 2 qualifien los geht's 1. Jake Dennis, dahinter Max Günther, Maximilian Günther, 3. Nico Müller, 4. Sam Bird, 5. Alexander Sims und 6. Nick de Vries So, das war's vom Kohlepfein Saudi-Arabien 2 von 2. So, wenn das wieder gefallen hat, lasst ein Like da. Wird mich auch gerne über ein Abo freuen. Vergiss doch nicht daneben die Glocke, dann verpasst ja keine Benachrichtigung und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschö! bis zum nächsten Mal.